Wo ist sie hin, die Kauflaune? So richtig zu erkennen ist sie nach dem Wochenende noch nicht. Der Dow Jones hier als erstes mal im Blick nicht wundern. YM ist das Crystal für den Dow Jones Future. Wir sehen, dass der im 5 Minuten Chart, also alles das, was wir so heute gesehen haben, das ging hier noch vor dem Wochenende ab. Hier ist so heutiges, also die heutige Woche sozusagen. Wir sehen erstmal in der Nacht ging erstmal nur Zeit totschlagen. Und als dann Europa dazugekommen ist, hat man gesagt, so richtig Spaß haben wir nicht. Und das hat sich offensichtlich so richtig noch nicht geändert, seitdem die Börse aufgemacht hat. Also Kauflaune ist anders. Es ist keine Panik. Ich würde das noch nicht überbewerten, was wir ja haben. Auch wenn es natürlich jetzt ein gutes Stück nach unten geht. Wir dürfen ja auch eins nicht vergessen. Dass der Kurs, wir haben es vor dem Wochenende immer wieder, mehrmals in der letzten Woche besprochen, ja nicht nur die Chance hat, mal so einen kleinen Rücksetzer zu machen, sondern gegebenenfalls auch den Größeren. Und dieser Größere wäre dann eben quasi der Rücksetzer, so ungefähr dieses Anstiegs, den wir hier haben. Egal, ob wir jetzt von vorne oder hinten rechnen. Also irgendwie so in diese Kiste rein, um die 38, 50, 61. Das sind so die Größenordnungen eines typischen, eines klassischen Rücksetzers, die eigentlich ausreichen für eine Korrektur. Wir können das mal vergleichen, weil wir es gerade so schön hier haben. Im Wochenchart nochmal, können wir mal sehen, wie weit ist der runtergegangen. Also auch im Wochenchart hätten wir die Chance dafür, dass wir korrektiv runtergegangen sind. Tief genug nämlich in diesem Bereich und jetzt nach oben durchgehen. Und ein bisschen spricht ja der Bruch über diese Zwischenhochmarke. Typisch korrektives Abwärtsbild für die Long-Richtung. Ich weiß, dass es ganz viele Stimmungen gibt, die in die Gegenrichtung gehen. Die Fundamentalisten sehen die Welt nicht so rosig. Wir haben jetzt gehört, Black Rock ist ebenfalls nicht so richtig erfreut oder in froher Erwartung, was das Jahr 2023 angeht. Ihr wisst, Dr. Jörg Rahn, mit dem ich ja regelmäßig im Austausch stehe von der fundamentalen Seite, der sagt auch, also Rüdiger, ich sehe die Leading Indicators, also die Früh-Früh-Indikatoren, alle in einer ganz doofen Position, mir gefällt das nicht. Das heißt, die Großen, the big money, die sind da noch sehr vorsichtig. Chart-technisch allerdings ist das, was die Marktteilnehmer im Moment gezeigt haben, ja alles noch relativ positiv anzumuten. Aber ihr seht, der Kurs hat Potenzial eben auch, auch wenn das Bild vielleicht positiv aussieht, mal auf einen Rücksetzer und im Moment deutet sich ja an, dass die Abwärtsbewegung einigermaßen zügig hier vonstatten geht. Ich will es nicht überbewerten, aber achtet mal drauf, wenn ihr jetzt in den nächsten Stunden eher etwas sehr Zögerliches nach oben bekommt. Das könnte so aussehen. Das kann natürlich auch irgendwie so dreiwellig aussehen. Das kann, oder mehrfach mit Kursüberschneidung, ihr kennt das, irgendwie korrektiv. Wenn wir sowas bekommen, so ähnlich wie wir es ja hier hatten, ich hatte letzte Woche das ganz breit erklärt, wie das ungefähr aussehen muss, falls wir hier wieder was bekommen. Ja, diese Abwärtsbewegung ist nicht ganz so stark, aber denkt dran, das ist Nachthandel. Das lassen wir im Zweifelsfall raus. Wenn wir das mal so rübernehmen, dann wäre das die Bewegung. Die ist zwar immer noch nicht so steil wie das, was wir hier vorne haben, aber ihr seht schon, so richtig gute Stimmung ist das nicht. Aber ich will keine Panik verbreiten. Erstmal bräuchten wir etwas dreiwelliges, also das würde dann so aussehen, oder mehrfach irgendwie wackelnd. Also vergleicht das so ungefähr mit dem, was ihr hier hattet. Wenn ihr das jetzt nicht mehr so genau wisst, wann waren das Ganze. Schaut euch gerne auch das alte Video dazu nochmal an. Hier, das war vom 1. Dezember nachmittags bis abends irgendwie was. Was war es? Von, ja, nachmittags bis abends. Aber so korrektiv eben. Wenn es so ähnlich hier jetzt wieder aussieht, irgendwie was sehr korrektives, dann ist das nicht das beste Zeichen für die bullische Seite. Und während Brüche auf der Unterseite, also so die letzten Zwischentiefs, immer dran denken, letzte hoch, vorletzte hoch, das Tief dazwischen, irgendwie so Unterseite, Trennkanal, das wären alles Indikationen für nochmal Shortgehen. Also ihr seht, so richtig begeistert für die Kaufseite bin ich aktuell nicht. Muss man jetzt unbedingt in Sorge geraten? Nein, nicht unbedingt. Wir haben zum Beispiel für unsere Long-Position, die wir ja in Einzelaktien noch haben, teilweise den Stop etwas enger rangezogen. Teilweise haben wir ihn weit gelassen, weil wir sagen, bei ein paar gehen wir lieber raus dann. Dann haben wir nicht mehr das volle Risiko. Beim paar wollen wir dieses Ding hier aber auch überleben notfalls, wenn er ein bisschen runterkommt, wenn er dann anschließend wieder nach oben geht. Also ihr seht, da ist eine gemischte Strategie durchaus nicht so schlecht. Aber bleiben wir hier beim Index nicht so sehr auf Einzelaktien jetzt gehen, sondern auf den Indexhandel. Wenn das hier als nächstes passiert, richtet euch auf die Short-Seite ein. Den Platz hätten wir 32.500 ohne weiteres und sogar 400 oder noch tiefer 32.000, vielleicht sogar 31.000 noch. Ob so tief noch muss, werden wir sehen. Aber wundern dürfte uns das ehrlich gesagt nicht. Denn wie gesagt, hier mal eine Korrektur mit einzubauen, wäre nicht die doofste Idee, auch nicht in einem generell bullischen Umfeld. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass der S&P nicht ganz so doll dasteht, denn der ist noch weit weg von diesem Trigger sozusagen für die Long-Seite. Die gesamte Aufwärtsseite sieht sehr, sehr korrektiv aus. Inzwischen hat er auch hier die fallende Trendlinie, so ein bisschen das Cluster hier mit der Fibu-Marke, das so halbwegs erreicht. Das war jetzt keine Garantie, dass der Markt dreht, aber offensichtlich haben die Marktteilnehmer da schon mehrmals hingeguckt, denn wir haben ja gesehen, dass diese Marke hier auch schon gehalten hat. Das ist alles kein Beweis, aber das ist ein Hinweis, dass einige Marktteilnehmer da ein wenig genauer drauf gucken. Und die werden natürlich jetzt gucken, ist die Bewegung dort sehr überzeugend gewesen? Wenn ich ehrlich bin, das ist nicht so richtig überzeugend hier, diese Geschichte. Ich habe deshalb die Vermutung, dass wir vorläufig erst noch mal mit der Abwärtsbewegung hier rechnen müssen. Ich mag ja völlig falsch liegen. Je korrektiver, je wackeliger es jetzt nach unten geht, desto besser ist es natürlich für den bullischen Markt. Noch muss ich allerdings sagen, sind die Abwärtsseiten relativ stark im Verhältnis zu der Aufwärtsseite, die wir hier im Großen, im Vier-Stunden-Chart oder von mir aus auch im Tageschart gesehen haben. Und das, was wir hier sehen, ist natürlich nicht so ganz groß anders wie beim Dow Jones. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Abwärtsseite auch jetzt nicht super dynamisch ist, denn wenn man genau hinguckt, selbst wenn wir diesen Nachthandel mal weglassen, wo ja nicht so wirklich viel passiert ist, wir sehen, dass auch hier die Gegenbewegungen irgendwie doch überschneidend sind. Also richtig Druck nach unten sehe ich da noch nicht. Jetzt hängt es also sehr davon ab, was jetzt hier als nächstes kommt. Beim Dow Jones habe ich euch gezeigt, wie das aussehen könnte, wenn es noch mal ein Shorty werden soll. Irgendwie sowas in der Richtung. Hier zeige ich euch jetzt mal, und das meine ich jetzt bewertungsneutral, es kann auch sein, dass es beim Dow so aussieht. Ich will euch verschiedene Varianten zeigen. Wenn es eben nicht dreiwellig, wackelig irgendwie was Korrektives nach oben jetzt kommt, sondern doch irgendwie sowas, oder alternativ, ich male das mal hier so ein bisschen, zack, Pause, zack, Pause, zack. Ja, dann ist das natürlich nicht korrektiv. Warum nicht? Weil es nicht dreiwellig ist, weil es nicht kursüberschneidend ist, weil im Gegenteil, die Korrekturphasen, die wir zwischendurch haben, große Abstände haben. Das sind meistens gute Zeichen für vorläufig die Long-Seite. Das ist allerdings erst mal der Showcase sozusagen, der Proof of Concept, wie man modern sagt. Also um zu zeigen, ja, so müsste das theoretisch aussehen, anschließend die Korrektur abwarten. Das wäre dann erst der Long-Trigger. Also für mich ist das hier, auch wenn das hier so einen Anstieg hat, höchstens im Kleinen, wenn ihr sagt, oh, das sehe ich hier im Kleinen schon, Schub hoch, wackelig runter, könnt ihr das natürlich machen. Ansonsten wartet, dass ihr sowas in der Richtung bekommt. Und ihr seht den Unterschied. Hier hatten wir auch einen Anstieg, aber ihr seht, Rücksetzer, 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 Rücksetzer und die sind alle überschneidend, nicht so richtig überzeugend. Entsprechend der Rücksetzer, den wir hier auch gesehen haben, sehr tief, also dieser Anstieg hat nicht ermutigt, irgendwie die Long-Seite massiv und längerfristig, was auch immer längerfristig im 5-Minuten-Chart heißt, aber dann eben zu halten. Klar, wenn es so korrektiv da in der Richtung verläuft, dann natürlich erst recht nicht. Also ihr seht, so richtig ist die Entscheidung nicht gefallen. Ich habe ein wenig Sorge, dass der Markt die Aufwärtsrichtung nicht mehr so richtig fortsetzt, zumindest mal vorläufig nicht. Viele Einzelaktien müssten auch erstmal einen Rücksetzer haben. Das heißt ja nicht gleich, dass es Katastrophe und neue Tiefs und alles Mögliche, es ist damit gar nicht gesagt. Aber auch in dem bullischen Sentiment, dass sie eine einzige Einzelaktien im Moment haben, wäre ein Rücksetzer sehr, sehr typisch. Und ihr seht die Tech-Titel hier, die eben alles andere als im Moment hier mit einer starken Dynamik nach oben gegangen sind, stehen in dem Verdacht, jetzt vorläufig auch erstmal hier eine Pause zu brauchen. Das würde eigentlich hervorragend passen zum DAX. Da sind wir ja auch schon die ganze Zeit dran. Hier so ein bisschen Ending-Szenario, also Vortrieb lässt nach, viele Überschneidungen in Trendrichtung immer noch. Also es steigt noch oder ist noch weiter gestiegen, jetzt aber nicht mehr so richtig. Aus meiner Sicht also gute Voraussetzung eigentlich, dass der Kurs so langsam, aber sicher reif wäre für so eine Pause. Das ist so die Pause, die wir beim Dow Jones ja auch besprochen hatten. So ähnlich könnte ich mir das beim DAX vorstellen, denn der DAX und der Dow Jones sind, was dieses Segment angeht, relativ ähnlich. Nicht ganz exakt gleich, aber relativ ähnlich. Auch der DAX hat dieses Zwischenhoch hier durchschritten. Das war ja hier die Pfeil der Trendlinie. Ihr könnt es genau noch mal messen, aber die durchstoßen. Und das sind eigentlich ganz gute Zeichen. Die nächste wirklich korrektive Bewegungsrichtung böte dann Einstiegsmöglichkeiten. Jetzt für die Long-Seite. Naja, schaut euch das selber an. 15 Minuten Schalt. So ist doch nicht Kauflust. Ist das Kauflust? Ist das Kauflust? Ich weiß es nicht. Ich finde es nicht so richtig. Verdient hätte es der Markt. Anzeichen gibt es auch aus amerikanischen Sicht. Alles also Indizien. Vorläufig Käufe erstmal hinten dran stellen. Wenn ihr eng stoppen wollt, weil ihr Sorge habt, dass ihr einen großen Rücksetzer nicht toll findet, dann solltet ihr überlegen, Gewinne gegebenenfalls mitzunehmen. Wir haben das so vor, oder schon durchgesetzt und eingeplant, dass wir für ein paar engere Stops machen, um Gewinne mitzunehmen, möglichst viel Gewinne mitzunehmen. Für ein paar lassen wir die Stops weit weg, damit wir die Chance offen lassen, falls er doch dreht und wir es dann verpassen. Es kommt ja vor, dass man sagt, ach, jetzt bin ich gerade rausgestoppt worden, jetzt dreht der Markt wieder und das ohne mich. Wenn man aber so ein bisschen gemischte Strategie fährt, ist das meistens nicht so schlecht. Es ist nie optimal, aber eben auch nie ganz schlecht. Aber das ist auch eine Philosophie-Frage, wie man da vorgehen will, auf welchem Weg man sich da bewegen möchte. Also ihr seht, so richtig glücklich mit der Lungenseite bin ich aktuell nicht. Das heißt nicht, dass ich den Bullenmarkt gänzlich aufgegeben habe. Im Gegenteil, ich würde mich allerdings über einen Rücksetzer eigentlich wahnsinnig freuen, und zwar nicht aus Boshaftigkeit, sondern auch deshalb, weil die Form des Rücksetzers möglicherweise jetzige Zweifler doch noch auf den Plan bringt. Denn wenn der Kurs tatsächlich so läuft, später das hier durchstößt, dann werden auch die längerfristigen Bären, die sagen, naja, aber das ist jetzt wirklich schon ein Einstiegssignal, die dann jetzt noch mit viel Geld an der Seitenauslinie stehen, in den Markt stoßen und dann dafür sorgen, dass der Kurs nach oben geht. Das ist aber etwas, was uns nicht für heute mehr interessiert. Aktuell ist wohl eher erst mal Pause ein bisschen angesagt. So, in diesem Sinne euch erst mal alles Gute. Toi, 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 für eure eigenen Handelsentscheidung. Beachtet das natürlich mit euren Augen nochmal auf dem Lieblingsmarkt eurer Wahl. Euch alles Gute, liebe Grüße.